Seit über 15 Jahren vermiete ich diese Easy-Go-Cars hier für Golfplätze in ganz Florida. Ich habe insgesamt 11.000 Stück und teile mir die Einnahmen mit einem Superfreund, der mir den Einstieg hier in Florida so super gemacht hat. Deshalb sind wir auch Freunde geblieben und es macht Spaß. Wir verdienen nicht allzu viel damit, aber für meinen Freund, der bereits in der Rente ist, ist es ein tolles Zusatzgeschäft, nicht finanziell, sondern um einfach was zu tun. Er war CEO von einer großen Firma in Philadelphia und ist, wie gesagt, seit 15 Jahren bei mir und hatte auch die Idee zu dieser Easy-Go-Vermietung. Denn die Golfplätze mieten sie dann bei uns zur geringen Gebühr wieder an und fahren sie auch kaputt. Und so kommen immer wieder neue dazu.